Holla die Goldfee, willkommen im Club der nackten Schnecken. Ja, also ich habe einen Hänger. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema und abonniert die Scheiße. Und dann haben wir ein Spice-Frühstück gegessen, da waren so silberne Pakete gewesen, die haben uns das Kino so haben und so fort. Richtig verdribbelt. Ja, da versuchst du aber, wo kommt der nächste Seite? Lebt lang und in Frieden. Alexa, rote Alarm. Nee. Alexa, rote Alarm. Warum? Warum nicht? Nein. Ich könnte kotzen, weil ich den Deckel nicht habe. Das hat mir so gezeigt, wie groß und wie fantastisch diese Star Wars Community eigentlich ist. Und was? Star Wars, ne? Habe ich Star Wars gesagt? Ja. Das machen wir. Das kommt dann später. Ja. Ja. Ja.